Die hierzu erwerbende neue Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Münster. 2019 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Immobilie ist barrierefrei zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Immobilie ist luxuriös ausgestattet. Bei einer Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 272.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.